Dann hab ich letzte Runde random 935 reingeschossen. Also, eins muss man dir bei lassen, dass er diesen Wolfsschädel, also dass er überhaupt, dass mir überhaupt das Ding hier aufgefallen ist, ja? Dass der Schädel dann auch rausfällt, beziehungsweise, dass ich die Granate reingetroffen hab, weil er keine trifft, komischerweise. Verrücktes Phänomen. Und dann schießt er auch noch random gegen die Uhr 935. Random. Unbewusst. Fucking unbewusst. Hä, da ging keiner mehr rein? Hä? Ich hab einfach reingesprayt so. Hä, warte mal, da gingen grad keine Seelen mehr rein, oder? Nein? Hä, warum nicht? Hä? Hä? Dieses Riesige, beschissene Monster, das da oben fliegt, was ist mit der Musik los? Leo, bleibst du hier und versuchst weiter? Machst du Urne, ich mach das hier. Achso. Ja, die Urne ist ja voll, glaub ich. Da fliegt nix rein. Willst du nochmal? Ja, warte. Oder kann man nur wenig während der Schwerkraft? Ne, da fliegen keine rein. Safecall. Safecall. Ja, dann geh mal weiter. Okay. Ey, wir müssen den Altar dort noch machen, ne? Oh ja, dann kite ich hier und kill was, wenn ich dann und... Und ich mach Alt Dingsbums, ja? Ja. Ein Tanz mit dem Doktor könnte gefährlicher sein als ein Tanz mit dem Teufel. Oh, was? Der hat nämlich keine Kugel. Der ist Kämpfe. Du... Tod. Sofort. Instant. Lol. Vielen Dank. Warum sterb ich den so schnell? Das ist halt Black Ops 2. Das ist halt echt schad. Ja, aber... Hä? Kann ich oder darf ich nicht? Ganz, ganz, ganz. Ich hab kein Geld. Wow. Ich hab gleich... Warte noch... Ein, zwei Mal. So, jetzt. Wir sind eine Legion. Wir sind viele. Wir sind eine Legion. Wir sind viele. Hmm. Irgend so ne scheiß Sekte. Wir werden siegen. Thomas, eure Überzeigen. Ohohohohohoho. Okay. Cool. Gut gut. Ist ja schön. Ja. Ah ne, mal gucken. Oha! Was denn? Instakill? Ne... Digga! Ja, was los? Windows-Notifikation. Wollen Sie ein System? Jetzt neu starten. Ein wichtiges Updates. SSD? Nein, Windows-Notifikation. Aber heute ist nicht dieser Tag. Hast du einen Nuke? Ja. Ey, warum gehst du die? Ach so, scheiße. Weil ich da nicht an dir rangekommen wäre. Mein Gott. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Man, verwirrt mich jemand in deinem Windows, Alter. Der kommt, der kommt. Oh, ein Atmen ist erfügbar. Ein wichtiges Update. Bitte updaten Sie. Oh nein, ich will es nicht. Ich will spielen. Alter. What happening, Alter. Einfach nur what happening hier. Diese Map. Nein, ich krieg. Das gibt's nicht. War Windows wieder schuld? Ja. Ja. Stopp. Er trollt. Mach'n Poppin' das. Zweimal auf. Wer weiß, wann wir die zusätzlichen Mittel... Mann, ey. Vermutlich schon sehr bald. Ja. Hehehe. Lustig. Das ist jetzt der letzte. Lass' ihn mal kurz. Bitte, danke. Wir sind Runde 3. Warte mal, was haben wir denn gemacht, dass die Lampen leuchten? Was haben... Okay, die Urne. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Die Uhr da oben. Die Uhr da... Das wird der Uhr heraus... An dem... An dem Sack, die ich gemacht hab, kannst ja nicht liegen. Wir haben ja schon vorher gemacht. Dass er die Uhr da halt... Anschießt random ist halt auch ein... Das... Das war sein McDonald's Moment. Das war Leos McDonald's Moment, Alter. Holy Shit. Ich brauch' 1,5, oder? Ja, brauch' ich. Oh, ich bin... Ich bin aus dem Web gestrungen. Was? Versuchen wir einfach nicht... Dann an die scheidlichen Dinge zu denken, die hier geschehen sind. Wie bitte? Okay, gut. Das ist nicht erbaulich. Ich dachte, ich hab' irgendwas voll krasses gemacht. Ich bin aus dem Web gestrungen. Wow. Mit... Mit... Mit dem... Gravitation. Wow. Das ist nicht erbaulich. Ich bräuchte 1,5 und dann bräuchte ich... Du wirst dann einfach wieder zurückgefordert. Man bräuchte halt mal die... Wir bräuchten mal Zombies, du kannst die eigentlich killen. Ja? Ja. Komm, Zombie, komm. Halt dich, Schnauze! Äh... Ist das der Spinn? Kommt dann. Watt Spinn. Hier schreit irgendwas irgendwer. Es ist einfach... Ich hoffe, du empfängst die Nachricht, Peter. Übernicht ist... Alle Hoffnung verloren. Du weißt bestimmt, dass wir die Anstalt nicht sichern konnten. Weshalb des Experiments hierhin verlegt wurde. Die Zahlen... Führen dich. Der Riese. Unbedingt. Wiederhole. Der Riese. Unbedingt. Die DG2-Experimente gehen weiter. Bei euch gibt es keinen Frieden. Ich fürchte, wir sind uns ähnlich, als ihr je ahnen werdet. Es ist grad so heftig, Mann. Ich denk so viel nach wie in meinem Leben noch nie. Okay. Okay. Altar numero... ne? Numero Uno. Numero Uno oder... Numero Dez. Oder Numero Dritter. Das weiß ich wie man das sagt. Ich hätte den Weg zum Reichtum wählen können. Das habe ich nicht. Weil ich weiß, auf was es wirklich anfängt. Jaja. Ich habe ein neues Rezept für dich. Ich verschreibe einen Messerstich. Ich habe keine Zombies mehr. Ich bin ja lustig. Ich habe Pfeifen. Ich will warten bis ich weg bin. Ich glaube nicht mehr da ist. Hier rüber. Ich muss ja hinter der Tür. Aber hier ist ja nichts. Ich verstehe das grad nicht. Hä. Ich brauche noch ein bisschen Geld, ne? HVK. Geile Waffe. Ach, ist die auch auf? Ja. Ah, gehen beide auf. Das ist ja schön. Das ist ja sehr, sehr schön. 1,5. Du kannst ruhig killen, oder? Ich bin vorbei. Okay, also du musst an der Uhr 935 abschließen. Dann kommt so ein fetter Gong. Und dann sind die Ohren aktiviert. Was bringen die Ohren? Also du kannst ja die einen da reinmachen. Wie bitte? Die einen da kannst du ja selber reinmachen. Jaja. Oder muss man die in einer Reihenfolge füllen? Das ist ja heftig. Das wäre crazy shit. Weil in die eine, in die ich probiert habe, ging ja nichts rein, weißt du? Mhm. Also muss man die bestimmt in einer Reihenfolge füllen. Das ist ja ein bisschen crack. Das ist halt schon crazy wäre. Oh, ha. Dann. Ich weiß nicht. Ich denk grad nach. Zumindest versuche ich so. Ich hab hier ne Ohne. Ich mach hier mal, ne? Ja. Ja, in die geht. In die geht. In die geht was rein. Oder eine zumindest bis jetzt. Eins um mich füllen könnte da nochmal. Hä. 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 Achso, okay. Wollte grad sagen. Das hört sich an wie der Wolfsbogen aus der Eisendrache. Noch ist meine nicht voll. Also du kannst ruhig töten. Ah, ich geh noch zu ihnen rein. Jetzt bei dir oder? Echt jetzt? Hä, da. Hat jeder Spieler seine eigene Urne? Äh, äh, ist da wieder, ist wieder, ist wieder, ist wieder... Dings? Was? Was für Dings? Ja. Können wir sehen. Ob da Dingsbums ist, in der Mitte. Oder nie. Nee, eigentlich nicht. Wie sind wir da, Alter? Jugger Nock. In der Mitte? Warum in der, hä? Warum in der Mitte? Da, wo man sich hinbraucht kann. Hä, warum sollst du da? Achso, ja klar ist der Jugger Nock. Hä, warum nicht? Irgendwie und Jugger Nock. Ach du, willst du Jugger Nock holen? Was hast du gerade gekauft? Hm? Was hast du gerade gekauft? Jugger Nock. Ah, also. Hast du noch einen Vieh? Mach mal K-k-kaput, ich hab keins mehr. Hm. Was, äh, für Teil? Ah, für Teil. Das hab ich schon mal gesehen. Ja, genau. Da hab ich gedacht, dass es irgendwie so flanzig ist, war aus, so liebe. Wenn ihr aufgepasst habt, und selbstverständlich, sollte es mehr als klar sein, dass die Dinge hier völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Also, so wie immer, nehm ich an. Oh mein Gott. Wo bist du? Äh, bei Verrückt. Äh, bei dem Altar. Bei, ja. Bei, 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 bei der Ein-Ohne. Bei, 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 bei der Ohne, die auf dem Herd war. Oh Gott. Bei der was? Bei der Ohne, die auf dem Herd war. Oh. Ja, versuch's oder versuch's halt nicht. Oh Gott. Alter, das war so ein blöder K.O. Das war so ein dummer K.O. Schaffst du das? Schaffst du nicht, oder? Oh, oh, oh. Kiting Potential. Hi, nun. Oh, oh. Oh, oh. Weg, 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 weg. Ja, 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 ja. Nice. Mann! Warum bist du in die Richtung gelaufen? Nicht hinter mir her. Hä? Na, den Jugger noch. Bin nicht hinter dir hergelaufen, chill mal. Doch bist du, du hast hinter mir. Schmutzig, ungelaufen. Mann, ich hab mir gerade den Jugger noch gekauft. Was ist das Scheiße? Ja, das ist so, 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 das ist so. Scheiße, ey. Ich wollte mich ja gerade umdrehen, da warst du da. Ich hab mir gerade umdrehen, da warst du da. Ich hab mir gerade umdrehen. Ich hab mir gerade umdrehen. Ich hab mir gerade umdrehen. Du hast mir gerade umdrehen. Murat pullover Cantig. Und da warst du da. Untertitelung des ZDF, 2020